Ich habe dich entformt, äh, entformt, äh, entführt, Esmeralda. Ich möchte dich für Liebe haben. Ja, Roche, Roche ist überhaupt nicht der Mann, der dich wirklich liebt. Ich bin es. Was? Bin ich? Ich habe einen guten Job und kann für uns sorgen. Wieso habe ich, wieso ist mein Brautschleier immer im Gesicht? Ich fahre jetzt mit dir hinweg, Esmeralda. Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online. Hallo. Ich bin einer aus dem Team Peetspeed. Wir sind gerade Christian, äh, Jay und ich. Ja, und wir warten auf die Braut, denn hier im Golfclub findet die große Party statt. Ja, wer ist der hier, der sich nicht schick gemacht hat? Ich? Ich mache gerade Yoga, hallo? Ja, ich hätte dich mal ein bisschen schicker machen können, wie die auch so jetzt feiern. Lass mich mal hier, ich mache mich gerade, äh, richtig schick. Wo bin ich? Hä, wir waren doch gerade noch an der Kirche. Ich habe dich mitgenommen. Bleibe hier. Fahren Sie mich jetzt zum, äh, zur Party-Location? Ich liebe dich viel mehr als Roche. Wo ist mein, wo ist Mo Roche? Ja, ist meine Schwiegertochter ein Spiel? Ich bin deine Schwiegertochter? Ach, das ist eigentlich du, die Braut. Wer ist denn der, wer ist der Bräutigam? Ey! Ich hab dir voll in die Eier getrennt. Ja, Bräutigam ist doch ja logischerweise mein Sohn. Hä? Wo ist Mo Roche? Hä? So abgüfte Fußgänger zu, warum redet ihr da so? Okay, ich muss erst mal Pitta. Pitta! Fuck off, wo seid ihr? Kein Mann, jetzt muss ich hier durch. Fuck off, wo seid ihr? Mir hat gerade unsere, meine, meine Schwiegertochter im Spiel. Ich wurde entführt. Das gibt's ja nicht. Entschuldigung. Ich wurde entführt. Wer? Hier steht, ich wurde entführt. Meine Schwiegertochter, ich wurde entführt? Ja, ich steht entführt. Da müssen wir jetzt was gegen machen. Ich wurde entführt. Komm mal, was ist mit Roche? So, Roche geht's gut. Ich verspreche es dir. Aber er liebt dich nicht so sehr wie ich. Er liegt besoffen mit seinen Freunden unter der Veranda. Ey, meine Trauzeugen, wo sind die denn alle hin? Was hast du mit denen gemacht? Ach, nimm doch nicht die kleine Karte. Meine Schwiegertochter wurde entführt. Ja, nimm doch ein bisschen was mit Stil, ey. Richtig. Das ist ein SUV, das ist überhaupt kein Stil. Nehmen Sie mal was Vernünftiges hier. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, weiß ich noch nicht so ganz, wo die... Er wurde entführt. Ähm, die haben kurz... Die waren, also ganz ehrlich, die Geschichte war so, ja. Ähm, du standest da, dann kam der Pfarrer mit dem Weihrauch. Dann sind irgendwie alle ohnmächtig geworden. Und, ähm, dann hab ich dich kurz, äh, also... Ich hatte dann eh meine Tour, deswegen hab ich den Bauarbeiter und... Das ist der andere da. Den Müllmann hab ich auch noch mitgenommen. Ja, er wurde entführt. Er hat mir da geschrieben, hat sie geschrieben. Fuck off, wo seid ihr? Das hilft auch nicht. So redet man nicht mit seinem Schwieger. Habt ihr zu viel Weihrauch geschnieft? Alter. Ich erderb die jetzt schon, die blöde Kuh, Alter. Fahren über Grachten, okay. Ey, wir fahren hier... Das sind keine Grachten. Das ist ja, äh, Villenviertel. Ich fahr einfach mal so ein bisschen rum, verzweifelt. Fahren, Peber, Grachten. Grachten? Fahren bei... Warum kann meine... Du kannst die Braut nicht schreiben. Warum ist die... Was heißt das? Ja, weiß ich nicht. Fahren, Peber, Grachten. Was heißt das? Grachten am Wasser? Was ist das? Ich glaub, der ist am Pier. Liquorhole sind wir. Liquorhole? So. Liquorhole? Okay, was willst du... Was hast du vor mit meinem Hole? Ja, hier, also, ähm... Wir müssen ganz kurz... Wir müssen ein paar Sachen einkaufen. Ähm... Weil... Am Ende des Tages... Kannst du jetzt mal... Was ist das denn da jetzt, für ne Scheiß? Am Ende des Tages... Ähm... Sind wir beide füreinander bestimmt. Ah, Alter. Ich lick ja auch gleich gern mal dein Hole. Liquorhole. Er will mit meinem Hole was machen. What the fuck? Okay. Und, ähm... Aber Gott sieht das anders. Nein, Gott sieht das nicht. Gott sieht das ganz anders. Gott... Gott hat mich schon mit Roche... Vereinigt. Ich mach gleich das Fenster zu, dann sieht Gott das nicht. Ich bin gar nicht mehr Jungfrau. Gleich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo Liquorhole ist. Wo könnte denn das Liquorhole sein? Was sind denn drei Grachten im Detail? Ist das nicht da, wo ganz viel Wasser ist und diese Häuser stehen? Ja, ich bin jetzt auch Richtung Pier. Ich bin jetzt am Del Piero Pier. So. Guck mal da. Auch alles grün hier. Jawohl. Wir haben richtig Glück. Gott möchte, dass wir beide uns vereinigen. Ergibt uns grüne Welle. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo sind wir? Da. Alter. Ja. Irgendwie ist hier gerade volle Kanne irgendwo reingeknallt. Hier ist Liquor. Hier geht's zur Autobahn. Autobahn? Autobahn? Ja, aber welche? Die im Süden? Die im Norden? Nein, eine Baustelle. Komm schnell, will Jungfrau bleiben. Ich werde die Tipps immer... Oh, hier ist auch eine Baustelle. Und ich glaube, du bist hier. Ich bin voll auf der Spur. Ich glaube, ich bin wirklich auf der Spur. Womit fährst du denn, du? Äh, Richtung Stadion. Richtung Stadion. Selbst dann kann ich nichts anfangen. Hier ist eine Baustelle. Ah. Okay, wo... Was? Gleich. Kennen wir uns? Wir haben uns schon öfter... Ich habe ganz lange dein Instagram verfolgt. Und ich fühle mich dir so nahe, wie keinem anderen Menschen auf diesem Planeten. Hä? What's up? Stopp! Bist du der komische Typ, der mir ständig seinen Pimmel schickt? Ja, aber... In echt ist der noch viel kleiner. Bäh! Und er stinkt dafür mehr. Was? Das dachte ich mir schon mit dem ganzen Verrunkel... Boah, das ist doch ekelhaft. Also hier geht es zur Autobahn. Hier ist doch überall Autobahn. Er hat einen kleinen Pimmel. Ja, das sehnt so sehr. Hat er den schon gesehen? Sind wir zu spät? 24 Stunden Parking hier. 24 Stunden Parking hier? Was soll denn das sein? Das ist ja... Ein wichtiger Punkt ist... Das ist... Wie ein Noppen-Kondom. Oh, das klingt aber interessant. Yoga-Rishima ist hier. Leichte... Leichte verhornte... Guck mal da! Links! Serious Kuga, Alter! Guck dir mal dat an! Dat... 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 Hier, wie ist das Plakat? Dat Plakat. Da war so eine richtig... Da hätte sie sehen können, was mit dir gleich passiert. Oh, oh, nee! Also ich bin da, wo wir immer verstecken spielen, da oben auf der Brücke. Okay, das ist ja auch Autobahn. Okay, selbst schreibt mir Yoga-Rishima. Was ist das denn? Yoga-Rishima? Keine Ahnung, Alter, was der will. Yoga und Rishima. Ein Wort. Das ist... Ja, das ist wahrscheinlich... Steht auf irgendeiner Tafel drauf. Hier ist Parken. Mega. Yoga würde ich immer eher sagen, ist so Beverly Hills. Deswegen fahre ich jetzt zum... zum... äh... Walk of Fame. Oh, Alter, Junge. Wir haben einfach grüne Wetter. Das gibt's gar nicht. Scheiße, so sind wir. Sehr gut. Museum ist, glaube ich, hier, so schreibt er. Jay, du bist hier im Echt auf der Spur. Hier ist das Öde. Ja, nur weil ich halt irgendwie was finde, was halt passt. Ich sehe nicht Yoga... Yoga-Rishima! Oh mein Gott! Der ist hier irgendwo. Museum ist, glaube ich, hier hat der noch geschrieben. Links von unserer... Also westlich von unserer, äh, Challenge, wo wir immer, äh, die Challenges haben. Was hat... Wo? Was hat er noch geschrieben? Museum... Also Richtung... Also Richtung... Strand ist westlich, ne? Ja. Okay. Und weiter geht's. Okay, okay, okay. Wir sind gleich da. Ja, ja, lasst ihr ruhig Zeit. Ich hab hier bestimmt nicht mal ein Handy, mit dem ich meine Trauzeugen, äh, äh, herlotse. Ja, schon zu. Äh, ist das eine Scheiße. Oh, warte mal. Hier kenne ich mich aus. Hier gehe ich immer shoppen. Fahren gleich über eine Autobahn Richtung Hollywood. Ah. Richtung Hollywood? Da braucht er doch keine Autobahn für. Ja, ist halt Sepp, ne? Vielleicht erzählt er auch Quatsch. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt gleich auf der Autobahn. Also, muss ich nur noch irgendwie runterkommen. Hier ist das Museum! Okay, ich komme rüber. Über eine Autobahn? Ich meine, über eine Autobahn? Ja, ich bin auf der Autobahn. Bin ich doch über eine Autobahn? Leute, hier ist doch wer. Das sind drei Leute. Hier habe ich mein Kleid. Ist das Sepp? Hä? Aber dann ist der doch nicht auf der Autobahn. Okay, ich habe Leute einfach umgebracht gerade. Da waren drei Leute im Auto. Dann fahr wohl nicht Sepp oder jemand anders hoch. Du sollst doch nicht Sepp umbringen. Hey, für meine Schwiegersdachterspiel muss man das mal machen. Ja, die Braut kannst du auch mal umbringen. An der U-Bahn von Beverly Hills rechts. Ja, Mann, ich bin jetzt so nah auf den Fersen. Das ist der Shit. Boah, Alter, Junge. Also, Gott möchte wirklich, dass wir beide uns vereinigen. Ich habe einfach grüne Welle gerade. Das gibt es doch nicht. In was für ein Loch ziehst du mich denn gleich? Ich möchte dir gleich... Ich bin gerade am Suchen nochmal, wo das Plakat nochmal war. Dann zeige ich dir das. Am U-Bahnhof rechts. Ja, also ich weiß noch, wo das ist, aber da bin ich ja völlig falsch gefahren. Ja, ich bin gerade auch nicht wirklich nah. Ich bin so nah. Ja, du bist sehr nah. Rette sie! Ich weiß nicht, wo! Alter, Christian, ich hatte dich... Hier sind keiner... Leute... Ja, ich wollte von der Autobahn runter. Guck mal, links der Clown. Vangelino. Hat auch mehrere weniger geklappt. Düsen um das Einkaufscenter. Einkaufscenter. Ich mag ja Kultur. Scheiße, wo sind wir hier? Vangelico. Vangelico. Welches? Ja, um das. So. Einkaufscenter. Ich bin am Einkaufscenter. Der Rockford Plaza meint ihr doch bestimmt, oder? Keine Ahnung. Vangelico, schreibt er mir. Vangelico. Vangelico? Ja, Vangelico. Ja, Rockford Plaza. Das habe ich schon mal gesehen. Das Vangelico ist hier rechts irgendwo. Das war am Dings... A Walk of Fame habe ich ein Vangelico gesehen. Der fuhr gerade ein bisschen komisch, der da vor uns sich im Kreis gedreht hat und eine kaputte Karre hatte. Schien wohl jemand zu sein, der von den Leuten, die dich verfolgen. Scheiße. Rockford Plaza sind wir mega. Muss man mal sagen, der hat einfach vor uns einmal einen Kreis gedreht. Ach, halt ab! Weitergefahren. Ja, die haben halt schon alle vor der Kirche schon so hart gesoffen. Oh Mann, ey, das war keine gute Idee, vorher Kümmerling zu verteilen. Rock of Fame durchfahren Richtung Casino. Ach, Richtung Casino. Rockford Plaza ist er jetzt. Leute, da bin ich doch gerade gewesen. Ey, da bin ich auch gerade gewesen. Rockford Plaza hat er mir geschrieben. Ich weiß nicht, wo das Rockford Plaza ist. Das ist das ganz fettige Gebäude. Wo du auch durchfahren kannst. Der ist im Bus! Tiger. Du rammst hier die Autos. Ah, ich bin beschossen! Im Bus? Ich hab Ramm. Der war im Bus. Jawoll! Oh mein Gott, Alter. Warte, ich muss kurz die Braut nochmal erledigen. Ich bin hierher. Oh mein Gott, die Ramm sind da! Oh! Ja! Ah! Da ist jemandem aufgefallen, dass er mich davor gerammt hat. Pimmelköppi, hab mich getötet. Was ist ein Braut? Ja, die Braut, die... Ich bin Meth Head. Ich hab gedacht, du wärst der Führer. Ja, der hat vorher schon ein paar andere gekippt. Der war auch lustig, der Jer, bevor du mir im Kreis gefahren hast, auf der Kreuzung. Ja, ich hab nicht gedacht, dass ihr in einem Bus fahrt, ehrlich gesagt. Aber ja, war nice versteckt. Das war nice. Guck mal, können wir doch noch heiraten. Hey, kannst du nicht, du bist tot. Alter, ich hab ein ganz schön großes Loch an meinem Arsch. Okay, wir wollen, wir wollen unser Spielzeug verkaufen. Auf dem Trödelmarkt. Am Arsch! Ich will einfach das Äffchen streicheln. Okay, du willst das Äffchen streicheln. Ich will auch mal, also Äffchen find ich schon ganz gut. Bei uns hat jemand richtig geiles Spielzeug versprochen. Deswegen warten wir hier. Scheiß, ein Scheiß. Mein Granatwerfer war... Hä? Du Spielzeug, du bist die Mutti, die sagt, hör auf zu spielen. Sorry, ich dachte, du wärst kurz die Laterne gewesen. Oh, sorry, ich dachte, du wärst auch die Laterne. Hä? Was hast du denn im Mund, Alter? Oh, 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 oh. Hä? Warum hab ich Iron Man im Mund? Was ist, was ist mit Buzz Lightyear passiert? Bis zur Unendlichkeit und auch wie weiter? Die Hupe ist ja 10 von 10. Alter, was bist denn du für ein esslicher Affe? Hallo, ich dachte, wir sind jetzt beste Freunde. Deswegen, ich hab dir ein bisschen Popo vorgegeben, damit wir beide jetzt gleich richtig Party machen können. Hä? Wir sind schon auf dem Weg. Aber, aber wo sind meine Kinder? Ich würde mit meinen Kindern spielen. Ja, Kinderschwinder, den geht's gut. Ich sage dir, wie das ist, mein Freund. Was, Lightyear? Du musst die Kinder retten. Oh, Miss Umbridge? Oh, die mag ich aber schon ganz schön gerne, muss ich sagen. Weg mit ihnen! Weg! Aua! Nicht Beinchen stellen! Jawohl! Wir machen einfach Triple Threat Match hier. Direkt weg! Mach dir keine Gedanken. Deine Hände werden spätestens eine Stunde oder so. Du kannst dich auch wieder bewegen. Ja, also da fängt an, so erst die Hände an den Kopf. Ich hab noch ein Jetpack, ich kann einfach abhauen. Nee, aber dafür brauchen wir meine Hände. Aua! Nein, ist alles gut, alles gut. Ich mach jetzt Party. Ich brauch unbedingt noch einen Freund, der mitkommt. Und du hast ein gutes Kostüm an. Guck mal, weil ich geiles kann. Kannst du das auch? Zeig mir. Ah, guck mal hier, ich prügel mich jetzt mit dem Gärtner, Cabron. Guck mal, geil, oder? Das war richtig geil. Cabron, ausgewicen. Ha, aua, bam. Das kannst du nicht. Ah, hier ist ein komischer Affe, ja. Ich hab ihn endlich gesehen. Ich bin gefesselt, hat Zepp mir geschrieben, während ich mich geprügelt habe. Ah, unser Spielzeug ist gefesselt? Geht er ja nicht. Alter, wie geil diese Soundeffekte sind von diesem Auto, wo wenn der anfährt, macht er So, auf jeden Fall gehen wir beide jetzt, gehen zu den Nutten. Was? Wenn ich welche finde. Ich, ich, hä? Ich bin nicht mal sicher, ob ich männlich oder weiblich bin. Ich hab kein Geschlechtsorgane. Was soll ich denn jetzt hier? Ja, Geschlechtsschmelecht sag ich immer. Was bist denn du? Bist du männlich oder weiblich? Ich bin, das war eine gute Frage. Männlich, glaub ich. Sitze in einem komischen Auto mit Huwe. Wer ist denn Huwe? Was? Philipps? Sitze in einem komischen Auto mit Huwe. Huwe. Ich kenn nur die Lampe. Ist da nicht das Geräusch? War der Hupe vielleicht? Ist der vielleicht da hinten in dem Burger? In dem... Hier ist irgendwo Feuerwehr. Ja, natürlich auch. Ist der hier drin, ne? Große Kirche hier. Die Feuerwehr ist aber... Help me. Große Kirche hier, hat er geschrieben. Help me, hat er geschrieben. Danke. Das ist jetzt hier aber nicht direkt. Nee, das ist ja keine Kirche. Hier ist eine große Kirche. Also jetzt nicht direkt. Warte mal. Big Dan Vision bin ich. Ist der hier in dem... Den Dings habt ihr schon gecheckt, ne? Ja, also das ist alles... Da sitzen Feuerwehrleute halt drin. Aber ich hab nicht drauf geschossen. Ja, die sehen halt also nicht Feuerwehrleute, sondern Rettungskräfte. 30% auf alles außer Affen. Da ist auch ein guter Tipp. Da ist ja kein Affe drin. 30% auf alles gibt's hier. 50% sogar. Big Sale. Außer Affen. Was macht dieses Auto für Geräusche? Die sind mega geil, oder? Hä? Was? Was ist denn hier? Oh, schön. Wo ist das L? Wo ist das L? Wo ist das L? Icon Records sind wir. Früher hab ich meine Songs gemacht mit einer Band. Und den Monkey Apes. Alter. Das Auto macht komische Geräusche. Ja. Also ziehen wir mal los. Weil hier war ne Kirche. Laden mit großem L, 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 L. Wie mit großem L, 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 L. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist immer so schwierig, das zu verstehen, was er von... Live Invader. Hier bin ich beim großen L, 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 L. Der Frisj ist halt immer auf der Spur, ey. Das gibt's doch nicht. Wusstest du das? Am Start, wo wir gerade waren. Aber ich glaube, in meinem Lebenslauf kommt das nicht so gut bei den Eltern, wenn da steht, hat ein Nuttenproblem. Ja. Also dann lassen sie mich nicht mehr an ihre Kinder ran. Wann heißt's denn auch Problem? Also ich mein, Probleme sind ja nur Sachen, womit du nicht klarkommst. Wo bin ich? Oh, ich seh Palmen. Was? Ja! Ah! Was müsste es da sein? Ha 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 ha! Ich hab sie! Mal gucken, was passiert. Ich seh Palmen. Ähm. Wieso huckt hier einer? Ha 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 ha! Ja, fahr mal einfach hinterher. Fahr mal einfach ein bisschen hinter denen hinterher und macht nix. Gucken, ob die dich bemerken. Ja, hier! Ich glaube, die haben mich bemerkt. Ich glaube, ich bin da selbst vorbeigefahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mich bemerkt haben. Was soll I dann? Scheiße, bin ich über Rot gefahren. Ich seh den gar nicht. Wen? Oh, hinter uns ist einer. Uns verfolgt einer. Uns verfolgt einer. Ich glaub, der will auch zu den Nutten. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, hat er mir geschrieben. Ja. SpaceMonkey3D. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich bin die nicht. Ich find die auch nicht. Aber Jay hat die doch. Warum macht nix? Ich hab ihn doch nicht gekillt. Ihr habt doch gesagt, ich soll warten. Ich kann ihn auch killen. Alter. Was? Wenn die dich schon bemerkt haben, dann ist ja... Ach, das war Sepp. Ups. So. Jetzt haben wir Bram. Was will das denn jetzt? Wo hast du den Affen gekillt? Ja, den Affen, den wollte ich eh haben. Was will das denn jetzt? Du kannst doch nicht dein Spielzeug töten. Ja, ich hab mich vertan. Ich bin ein bisschen auf Droge. Oh, wer seid ihr denn? Ähm... Ja, wir waren irgendwo in der Nähe vom Golfplatz. Ja. Das große... Jetzt sind wir unten am Pier. Ach so. Das große LLL war auf jeden Fall lucky, weil ich direkt davor stand. Oh, mega. Da. Oh Gott, ich hab gerade ne... Ja, dann... Okay. West Highland Terrier komplett platt gefahren. Oh mein Gott. Und das ist unser Mann. Geil. Wir sind in so einer... Der Vater von Sheldon Cooper. Der Vater von Sheldon Cooper. Jetzt nicht mehr. Was ist denn da los? Ja, man kommt immer nicht so nahe da. Sonst gibt's einen Augen... Hey, Baby. Du bist doch sonst nicht so. Ja, ja. Ich bin... Im Moment, sonst schubst du mich immer. Ja. Okay, dann schubst du auch nicht. Hey! Seit wann schlägst du mich? Meine Schwester schlägst du immer. Ich schubste nur, wenn du lange noch dran stehst? Weiß ich nicht, wie die Schubsfunktion schlägt. Alter, der verreckt. Der kann nur schlagen, der alte Mann. Scheiß Auto. So, unser normaler Tagesablauf. Uns gegenseitig ein bisschen schubsen und dann Autos verbrüllen. Das ist der Verfehle, der gemacht hat. Das haben wir halt nur nicht gefilmt. So, du Sau, Alter. Ich bin nicht jetzt im Knast. Du Ranzratters Burgershot ausgeraubt. Aber nicht in meiner Stadt. Ich habe gerade noch eine Kartoffel im Mund gehabt. So eine Kartoffel im Mund gehabt. Wo bin ich hier? So, nicht mit uns. Hä? Ich wollte nur die Free Pommes haben. Ah, guck dir. Siehst du da die Polizisten hier? Also, möchte ja Polizisten. Du meinst die Rettungskräfte? Gib es nicht. Sieht aus, als hätten die Pastauto. Die möchte kein Polizist. Gott, oh Gott. Die feind mich. Die verkloppen mich jetzt einfach mal. Ich gewinn das. Ich gewinn das. Stirb. Er hat gar keine Scheiß. Er steht keine Frauen. Er ist down. Ja, aber der hat noch ein Mate. Aua. Kann man denn nochmal... Kann ich noch was anderes machen? 5 GTA Dollar auf Jake. Ja, schade, Peter. Alter, der hat mir ja richtig ins Gesicht gegeben. Da geh ich mir nicht zum GTA Dollar noch direkt mal hier holen. Jetzt habe ich den umgerannt. Ah, da bin ich wieder. Wo fährst du hin, du komische Wurst? Wir beide fahren jetzt in den Knast mit dir. Du hast es nicht verdient. Und genau, das ist auch deine angemessene Bestrafung. Leider. War das jetzt Pech für dich? Habe ich gleich Schichtende. Dann heißen wir uns noch kurz was abholen. Fixer. New Life-Regel. Ja, wieso verbrückst du denn da trotzdem? Ich wollte gerade sagen, wieso haust du denn da... Das ist doch ein Gegenteil von der New Life-Regel. Ja, für mich ist das ein neues Leben. Den nicht. Das ist so geil, dass du dir so ein Paramedic-Tod auf der Straße liest. Sag mal, habt ihr eigentlich überhaupt irgendeine Nachricht schon bekommen? War ich nicht. Ja, die Bullen wollen mich einbuchten, schreibt Sepp. Perfekt, ich gehe sie suchen. Also das ist ja okay für mich. Guck mal hier. Was ist das denn? Die Bullen wollen mich ein... Was? Also er ist wahrscheinlich in Polizei, oder? Eine kostenlose Pommeswaren, wohl nicht kostenlos. Okay. Okay, du hast einen schnelleren Wagen. Der hier ist, glaube ich, auch schon. Er wurde verhaftet, hol mich hier raus. War das nicht das Riesen-Polizeirevier, wo wir ungefähr angefangen haben? Boah, Alter, keine Ahnung. Also wo wir eh gestanden sind. Also in unserem Fenster gibt es ein... Brauche dich, gibt es Free Burger für dich. Ja, okay. Hast du mich jetzt schon mal überzeugt. Ja, okay, der ist an irgendeinem Burger-Stand. Abgesehen davon, dass du dafür in den Knast musst, ja, muss ich noch ganz kurz bei meinem Kollegen was holen, denn der hat noch einen Rabattgutschein für einen 20er Chicken Nuggets. Was? Ey, gehst du mit mir? Teilst du? Ich teile mit dir, wenn du das möchtest, ja. Du teilst sogar? Ey, da brauche ich meine Homies ja gar nicht anrufen, dass die mich hier rausholen aus der Scheiß-Cover. Sehr amerikanische Flagge. Die gibt es ja hier selten. Ja, wobei, wenn wir die suchen müssen, finden wir die nicht. Nein, das stimmt. Burgershot in der Nähe. Ja, die gibt es mir leider sehr häufig. Er ist richtig. Ich überschlag mich gerade noch ein bisschen. Weil es so schön ist. Oder ist das ein Rathaus? Nee, brauchst du doch nicht. Weißt du, wir machen das jetzt zusammen. Wir gehen da jetzt hin und die kriegen nichts. Das ist der Deal. Dann kriegst du... Gib dir fünf. Okay. Von 20. 25? Wenn du 20er Nuggets kriegst? Ja, ich krieg 25. Du kriegst von 20. Hä, das ist voll smart. Dann haben wir 30. Mega viel. Wer haben das? Nicht 30? Oh mein Gott. Oh scheiße. Nee, Moment. Hier muss ich noch was da vorne anfangen. Bräuler-Bites-Werbung. Mehr essen. Äh, Bräuler-Bites-Werbung. Mehr essen. Bräuler-Bites-Werbung. Bräuler-Bites. Mehr essen. Guck mal da, neu. Was sind denn das da? Bräuler-Bites. Ja, hab ich schon gesehen. Lass mal da halten und ein bisschen Taco Bell machen. Nee, können wir leider nicht. Tut mir leid. Ne, ich fahre einen Wagen voll schnell rum. Ein weißer. Ist das einer von euch? Ich. Ich hab auch einen weißen, der schnell fährt. Er ist an der Polizeistation in unserem Fenster. Guck, ob ich hier Bräuler-Bites-Werbung sehe. Meint er? Ne, ich. Achso, du. Ja, okay. Fuck, was ist das im Gespräch gerade? Scheiße, wo sind wir hier? Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ah. Korea, schreibt er mir. Korea. Warum denn Korea? Wo ist denn hier Korea-Town? Wie bitte? Keine Ahnung. Das gibt es hier gar nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin schon wieder auf dem Weg zur Autobahn oder so. Ja, gut. Ich bin auf der Autobahn. An der Autobahn. Ich sehe eine Brücke am Horizont. Ach du Scheiße. Ja, super. Am Horizont. Oh, dann ist der aber nach Süden gefahren, ne? Hätte ich jetzt auch getippt. Da sind wir Richtung Hafenviertel. Das ist halt einfach besser für uns beide. Wenn wir dabei nicht gesehen werden. Oh Gott. Hast du Kippen für mich? Ich brauche was für die Lunge. Wo bin ich denn da hin? Hast du ein Lichtraucher? Oh. Ich muss kurz drehen. Hallo? Ich bin falsch rumgefahren. Alles gut. Nichts passiert. Nichts passiert. Wir stellen uns einfach an die Säbempel nochmal, du von der anderen Seite. Beep. Leute, da kommt schon wieder ein weißer Wagen mir entgegen. Ja, da war ich. Ich fahre jetzt nach Süden. Ich auch. Ich bin jetzt da, wo wir mal starten zum, also an unserem Platz. Ah ja, da bin ich fein auch in den Kreis gefahren. Aber ich fahre noch weiter. Oh. Unfall. Wieso schreibt der nichts mehr, ist er tot? Er hat mir geschrieben, bring Kippen mit. Äh, äh. Ja, und dann fahren wir jetzt hier rechts. Sehr gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, hier ist der U-Bahn. Bring Kippen mit. Ah, guck mal. Hello. Drehen und Baustelle, drehen um und Baustelle hier. Das heißt, der ist bei uns im Fenster, oder? Wieso? Tippe ich jetzt. Also es gibt ein paar Baustellen leider, aber zu der fahre ich mal. An der Tankstelle abgebogen. Wo ist denn hier eine Tankstelle? S-Bahn-Haltestelle. Das könnte wirklich bei uns sein. S-Bahn-Haltestelle? Ist da nicht die Bahn direkt an dieser Baustelle? Ja, an der Baustelle, ja, stimmt. Ich bin an der Baustelle. Aber wo ist die Tankstelle? Danke, weiß ich gerade nicht. Ich bin jetzt an der Baustelle. Ich gucke mal, wo hier die S-Bahn ist. Da haben wir einfach die, guck dir die Skyline an. Hallo? Schreibt ihr mir Hallo? Ist die S-Bahn. Nicht hilfreich, wieso schreibt ihr mir einfach Hallo? Warum denn nicht? Fahren unter Autobahn oder so durch. Ich bin an der S-Bahn-Haltestelle. Unter der Autobahn durch? Autobahn wäre ja die andere Richtung dann. Unter der Autobahn durch? Was für eine Skyline. Wir sind an der Skyline. Linken, du nicht? Links der Maze-Bank-Tower. Ah, links Maze-Bank. Ah ja, warte mal, dann sollte ich meinen Leuten schreiben. Na, der muss nichts sagen. So, und ich zeige dir jetzt mal ganz kurz, wo ich das letzte Mal, als einer nicht kooperiert hat, jemanden einfach entsorgt habe. Ach so, lol. Nee, du bist doch hier. Fahrt auf Autobahn rauf. Hier ist doch unter der Autobahn durch. Wie fährt man denn hier auf die Autobahn rauf? Hier. Ich glaube, der ist wirklich hier gewesen. Ja, das kann gut sein. Hier fährst du auf die Autobahn. Oder? Die Kackbullen bringen mich Richtung Flughafen. Fuck me. Genau, andere Richtung. Der Flughafen ist da auch, ja. Aber der ist noch ein bisschen, ein bisschen, äh, weiter weg. Da vorne, ich sehe doch schon den Tower. Da, ja, da hinten ist der Tower, ja. Da bin ich gerade drauf, fahre Richtung Flughafen. Der will mich zur Brücke bringen. Zu welcher Brücke? Zu der Großen im Süden. Ja, wahrscheinlich, ne? Nee, geh nicht. Ich hab ein Recht auf eine Kippe. Das steht da. Sie müssen mir meine Rechte vorlesen und danach kriege ich eine Kippe. Ich zeige dir jetzt sofort erstmal, wo ich mich das letzte Mal von meinen Altlasten entledigt habe. Ja, und trotzdem will ich vorher eine Kippe haben. Boah, alter Aua. Würde ich hier auch unterschmeißen. Hat einer von euch einen weißen Transporter? Nee. Nee. Aber das sind doch keine Bullen. War das ein NPC, der hier den Fail gemacht hat? So, pass auf. Und zwar hier jetzt gleich. So, der nach linken, siehst du gleich. Kannst du schwimmen? Nee, ich bin so fett, ich brauch gar nicht schwimmen. Durchaus möglich leider. Brücke, schreibt er. Ja, hier sind überall Brücken. Ja, ich geh mal von der Großen am Flughafen aus. Richtung Hafen oder so. Ja, dann ist doch hier. Ich bin auf der Großen Brücke Richtung Flughafen. Ich muss da leider auch hoch, sonst komm ich niemals Richtung Osten rüber. Du Klappergestell. Du fliegst ja direkt weg bei jedem Windstoß. Das ist richtig, ja. Oh. Oh scheiße, ich hab einen Unfall gebaut. Oh scheiße, ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Oh, ich hab auch einen Unfall gebaut. Hinter weißem Auto? Der ist irgendwo hinter mir. Bei uns ist ein kleiner Unfall passiert. Echt? Hinter weißem Auto? Leider ein fucking Blindfisch. So, ist ja kein Problem. Scheiße, ich bin auf der Autobahn, die parallel zu der Brücke verläuft. Sehe schon den Hafen. Ja, ich seh den Hafen auch. Ich seh den Hafen auch. Werde nach China verschifft. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh yes. Yes. Ja, ich muss nicht nach China. Ja, ich muss nicht nach China. Ich hab ihn überhaupt nicht als Polizeimagen zu erkennen, ey. Holy shit. Da waren alle Cover Cops. Endlich. Da waren wirklich alle Cover Cops. Da hab ich überhaupt nicht als Polizeiroto erkannt. Das ist richtig. Das war ein Ziele Schreifenwagen, den man da nutzen konnte. Alter, der wollte mir meine Kartoffeln klauen, der Arsch. Ja, was ein Arsch. Und ja gar nicht. Jam, jam, jam. Wir konnten Sebastian dreimal erfolgreich retten. Davon ist er vielleicht zweimal gestorben. Zweimal ist er gestorben. Zweimal erfolgreich war das nicht. War dreimal erfolgreich. Er war da wenig erfolgreich. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt viel gelacht und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. In einem von drei Fällen retten wir euch. Ich hoffe, ihr habt es gut. Vielen Dank.